Hallo und herzlich willkommen zurück zu Robin vs. Sebastian. Jetzt geht los, alles klar. Hast du schon wieder hier Zerstörung gewählt? Wir haben schon wieder so viel Leben. Ja, ist egal. Die brauchen wir auch. Oh, der steht gut. Sebastian, du hast auf jeden Fall... Ich sehe schon, wer der Gewinner ist dieser Runde. What? Fuck! Oh, nee! Was ist jetzt los? Auf Space ist ja gar nicht springen! Oh, wirklich? Ja, aber hey, du hast mir mehr Damage gemacht als dir, also läuft. Das kann nicht so sein. Doch, hat doch ganz gut geklappt eigentlich. Och, Robin! Halt mich doch auf, wenn ich verdummis tue. Ach, der obere ist deiner, ne? Ja, was ein... Shit. Ne, der obere ist meiner. Ne, der obere ist schon meiner, das ist schon richtig. Ja, ja. Ja. Mal gerade gucken... Weihnachten rückt immer näher, Freunde. Ja, anderthalb Wochen noch. Was hast du denn jetzt vor? Der war gut. Mach mal die Feuer aus. Ja, ich weiß, was wir da machen. Machen wir ganz einfach, machen wir das. Ich bin... Der erbärmliche Hund da unten ist dran. Ich hab doch gerade gesagt, ich seh schon, wer der Gewinner dieser Runde ist. Lass mal ne Minio ausgehen. Wow! Ha! Sauber. Ich muss erstmal noch ein Spiel reinfinden, sonst wird das hier nix. Na ja, in die Wassergrube hast du ja schon mal reingefunden. Ach, ist das ätzend, ey. Ach ja. Schießt mein Geschütz auch auf mich? Ne, ne? Was soll dein Geschütz? Wie soll es denn auf dich schießen? Was ist denn da für ein Scheißgeschütz? Weiß nicht. Ein Scheißgeschütz, ey. Scheißbot. Ja, Scheißbot ist voll die geile Sau, ja. Wer die aktuelle Folge gesehen hat, weiß das. Dreamfall natürlich. Woanders haben wir noch niemanden, der Scheißbot heißt. Okay, der hintere ist es. Ach komm, versuchen wir es. Die Runde kannst du eh schon deine Pfeife rauchen. Oh, Risiko macht er. Ja, hat ja wieder genau die richtigen getroffen. Hm. 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 Du kannst die Pfeiltasten nehmen, dann kannst du schon schneller. Und jetzt kommt er natürlich und sammelt alles ein. Oh, da war auch eine. Ne, die hat dich rüber geschossen. Was für eine awesome Media war das denn? Die hab ich ja gar nicht gesehen. Die ist rüber geflogen. Wie geil war das denn? Das war faszinierend. Gut, dass ich dieses Media Pack da... Ach nee, hab ich gar nicht gekriegt, ne? Das ist vorher explodiert. Schade. Schade. Steht der jetzt unter Wasser, ja, ne? Ach ja, der ist ja blau. Okay. Dann muss ich den da gleich mal wegkommen. Oh, oh. Ultrazerstörung. Da hat er mal so ein bisschen umverteilt. Jo. Ich dachte immer so, dass... Ist immer mal... Ist immer angebracht. Ach, dein Geschütz ist auch weg. Oh ja, das hat's wohl zuerst essen bei der Aktion. Das freut einen doch. Beweg mal die Falltasten. Ja, das ist ja langweilig. Ich hätte doch, glaube ich, sogar der Stupser gereicht. Ja, hätte auch. Aber egal, ich wollte doch nur mal sicher gehen. Na denn. Ich gewinne ja schon, äh, nicht allzu häufig in diesem Spiel. Deswegen wollte ich mal ein Safeplay machen hier. Oha. Oha, oha. Ja. So, da ist er wieder, Robin. Oha. Oh Gott. Ja, du hast das drauf mit der. Ich seh schon. Holy Fail Teil 3, sagst du? So, du hast zwei Schaden zugefilmt. Ja, Mann. Die Gefahr hat wieder zugeschlagen. Beeindruckend. Ich glaube, du und diese Waffe, ihr seid nicht so, ne? Nee. Ihr habt das nicht so. Ich mag sie nicht, sie mag mich nicht. Oh. Jawohl. Warte, wegflip. Ja, Robin, Robin. Oh. Nice. Wie kann man so einen Lack haben? Ich dachte, ich bin jetzt tot. Also, warum hast du einen Cupcake in der Hand? Weil ich's kann halt. Ähm. So. Ich krieg jetzt eh nichts besseres mehr auf die Kiste. Natürlich. Wie gesagt. Jawohl. Ich krieg jetzt Play Safe und so. Jetzt kommt die Rache. Oha. Die Rache der Enterbten. Woa. Wo will er nur hin? Niemand weiß es so genau. Ganz safe. Den kann man gar nicht verkacken. Okay. Meine Damen und Herren, for the record. Die erste Holy Grenade, die Sebastian geworfen hat. Und die tatsächlich was gebracht hat. Oh, du weißt gar nicht, was das für ein Befriedigendes Gefühl gerade ist, ja? Ja, ich kann's mir so ein bisschen vorstellen, glaube ich. Ach, ey. Da ist schon... Der Tisch, der hebt sich langsam. Also. Lass doch das super scharf aus dem Spiel. Oh, 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 oh. Da macht der einen Double Kill. Oh! Boah, nice Shot, Robin. Nice Shot. Ist ja der Shit. Oh, nice, ey. Da kann man nichts anderes sagen, außer GG. Vielen Dank. Hab ich alles bei dir gelernt. Lüg mich. Oha, das wird aber auch nicht Der muss doch weg sein, oder? Ich denke doch Ja Oh, knapp Knapp, knapp Ja, Leute, das wird mir ja knappe Sache Wie ihr seht Ja, wo Robin recht hat, hat er recht Ähm Boah, hab ich echt schweig Nicht schlecht Den latscht er doch jetzt von der Kante, oder? Oho Oh, oh, oh Damit triffst du Hundertprozentig genau, ja? Aber mit dieser Kackholy Grenade Die du genauso wirfst, wie alles andere Verkackst du Warum? Ja, die brauchen doch erstmal so ein Halleluja Und davon ist anscheinend der Wurm irritiert Da ist wohl der Wurm drin Da ist echt der Wurm drin Ah, Kinder Ähm Ja, weißt du, wenn schon Kill, dann Overkill Fuck, du hast gewonnen GG Mein anderer Wurm Mein anderer Wurm ersäuft jetzt Ja Das war nämlich die Idee Ich hab gedacht, du checkst es nicht, aber hast es leider gecheckt Tja Wie gesagt Ja, wir haben 10 Minuten, Robin Ja Ja Machen wir ein Rematch, ein schnelles? Ein schnelles Rematch, sagst du? Ja, aber dann ein paar Würmer weniger, komm Na gut, damit vier Würmern Vier Würmern, alles klar So, Rematch, Freunde, ja? Nur für euch? Ready? Ja Perfekt Achso, ja, die Map, egal Wir nehmen jetzt einfach eine randommäßige Ist cool Äh Ja, wie wärs mal mit Laden? Die war auch cool Rematch ist, ach komm, scheiß auf den Video Die einfach Rematch ist ja eigentlich ein Rematch Nur wenn man es auf der gleichen Map spielt Aber, naja Ja, aber das geht ja bei Wurms halt nicht Er geht ja sofort wieder in Random Mode Ja, außer du gibst halt zwei Spiele ein Na gut Das geht schon gut los Das ist ein Scherz Das ist ein Scheißscherz Ja, tschüss Ruhe Ja, hast du clever gemacht Oh, bitte nicht Ja Oh, mit den letzten zwei Tropfen der Lust Kriegt der mich da auch noch runter, ey Das ist mein kleines Scheiß-Tropfen Richtig Alter Dieses Spiel, ja Dieses Spiel Schön Schön, schön, schön Da fliegt er Da landet er Da kriecht er Da stirbt er Wow, da fliegt der nächste Das kann ich auch, Robin Ja So Puh Schade, schade So Mal schauen, ob wir einen Draw raushauen Oder ob Robin Den Oversieg haben wird Das ist ein Witz Das ist ein Witz, dass du davon keinen Schaden gekriegt hast Da hat der eigene, worum hindert ihn daran, Leben zu fliegen Das ist Konkurrenzkampf unter Würmern Ladies and Gentlemen Ich geh grad ein bisschen unter auf meinem Stuhl, sehe ich gerade Hallo So, pass mal auf Yo, dann zeig mal was Wenn schon dann richtig Okay Dann versuchen wir jetzt hier mal so einen geskillten Granatenwurf Oder? Warte mal Versuchen wir keinen geskillten Granatenwurf Schade Das war alles geplant Das sollte es schon Ja, 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 klar Guck mal, wie er grinst Oh, Mann Ob wir das wohl so sneaky-mäßig hinkriegen? Stimmt Jawoll Das Ding hat noch nicht mal gepiept Ich glaube, irgendwie, dein Jetpack hat die Kiste angezündet Oder die Mine direkt Ne, ich hab die Kiste bekommen Echt? Ja Okay Dann war die Mine einfach asozial Boah, ey, das Spiel, das weiß ich für mich gerne haben können Ach ja Ach, schade Es gibt doch noch Gerechtigkeit auf der Welt Ich dachte, das bleibt an dir hängen Schade, schade Schade Jochen Ich bin der X-Groß. Die ist immer noch genau so scheiße wie ich vorher auch. Nice, Robin, nice. So viel zur Waffenkiste, meine Damen und Herren. Hast du es richtig rausgeholt? Ja, aber hat sich voll gelohnt. Der hat ein Luck, das ist unfassbar. Das war natürlich alles geplant. Das ist so frech, ne? Alter, da kriegt der auch noch den Esel. Ja, komm, leck mich doch. Ja, komm, weg die Sau. Ob das so klug war, meine Damen und Herren, ob das so klug war, war es nicht. Da hast du echt den Esel gekriegt, wirst du mir eigentlich veräppelt? Da habe ich mich so ein bisschen selber weggeeselt, kann das sein? Oh nein, einer lebt noch! Jawoll! Aha! Guck mal da! Wer ist das denn? Der kleine Schlawida. Na, schau mal, Alter, guck's. Weißt du, den Esel hatte ich mir irgendwie cooler vorgestellt. Aber ich glaube, das lag nicht am Esel, sondern an mir. Ja, warum? Der springt scheiße. Da kannst du nichts gegen machen. Ja, das hat ja das letzte Mal bei dir als du den hattest ja auch so gut geklappt, ne? Leider, ja. Das ist der random Esel. Hast du noch einen Teleporter? Jeder zwei. Echt krass. Das ist ja cool. Alter Schwede. Jeder, bitte. Zwei, eins. Achso, ja, ich kann ja... Ähm, ähm... Schämst du dich eigentlich gar nicht, dafür eine Lenkrakete zu nehmen? Wieso? Das war eine sehr gelenkte Aktion. Jetzt kommt der Scaleshot 3000. Achte drauf. Hat er nicht gemacht! Aber hat er auch versagt. Oh man, du hast das super moderne Ultra-Handy versenkt. Das war der einzige, worum du dir Sorgen machst, ne? Ehrlich, du bist der Shit. Moment, Zahn, ja. Du bist echt der Shit. Da kriegt er natürlich noch eher das Superschaf. Ja, ja, klar. Woah! Da, hast du gesehen? Wie ich an dem Zipfel vorbeigezipfelt? Woah! Der Hammer! So, ich hab ne Idee. Ich hoffe es funktioniert. Ich hab dir erst im letzten Moment gesehen, dass das ein Zipfel ist. Ich hab dir erst im letzten Moment gesehen, dass das ein Zipfel ist. Ja! 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 Nein! Ja, Mann! Okay, ich muss sagen, Respekt. Das war Skill auf höchstem Niveau. Ach, schön. Boah, aber Robin, richtig gut gespielt von dir auf jeden Fall. Ah, danke, gleichfalls. Richtig stark. Richtig stark. Ja, Leute, also wenn das... Wenn das mal keine Spannung war, dann weiß ich auch nicht. Also, ne? GG an Robin für den ersten Sieg. Hat er richtig gut gemacht. Ja, und wenn ihr mehr sehen wollt, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von Worms. Macht's gut, bis demnächst. Tschüss! Tschüss!